Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Trailer Game4Games HD Warum sage ich unserem Kanal Trailer? Dieser Kanal gehört meinem Kumpel Sven und mir Auf diesem Kanal werdet ihr richtig lustige Let's Plays sehen Und um euch das zu beweisen, kommen jetzt nach dieser kleinen Ansage ein paar Spielszenen Die zeigen, was für Fails wir machen und so ein Scheiß Ich verspreche mir jetzt schon beim Ansagen, also das kann ja nur geil werden Also wünsche ich euch viel Spaß und bitte abonniert uns für mehr Fails Und teilt das Video, wenn es euch gefallen hat Also bis dann Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror Let's Play Und zwar dem Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Counter-Strike Global Offensive Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu Let's Play Minecraft Season 2 mit dem Sven Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir Erik von Game of the Games HD Ja, ihr seht es ja schon This War of Mine Da ist das Phantom Sven ist hier, Sven ist hier, Sven steht da, Sven steht da Nicht rausrennen, wo gehst du denn hin? Der war doch da Oh Gott, also Oh shit, ich sehe euch, ihr seid im Billardraum, ich bin direkt davor Mach auf, mach auf Ich habe den Schlüssel, ich habe den Schlüssel Ich habe dich schon abgeschlossen Ich habe ihn abgeschlossen Ich habe abgeschlossen Ich habe abgeschlossen Weg hier, weg hier Hier lang, hier lang Hier lang Nein, haben wir nicht Oh Gott Erik, du weißt, ich bin Erik Geist, ne? Oh Ah, oh Gott Oh fuck Oh fuck Darf ich nicht vergessen, Leute Oh verdammt Oh Oh Ich bin Ihr Terraria und so Verdammt So wie komme ich noch an oder was? So Ernst jetzt Oh Oh Ich höre Er hat den Lurker verstanden, das ist nicht gut Warum sagt ihr mir das denn nicht? Guck mal, wer ist denn das hier in der Ecke? Hahaha Ja Sven Da ist der Sven tot Sven Sven Was willst du? Warum versteckst du dich da? Ja, weil du mir hinterherkommst Was soll das? Ja, ich will gucken, ob du Money abweist Hahaha Ach so Ja, und hättest ihn abgeknallt, hättest dich natürlich fertig gemacht Hau ab Geh weg Ey Nein Nooo 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 Was ist das? 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 Es ist so So geil So geil Ne Was war das? Ne Bombe Gehen wir einfach in den Untergrund wieder? Würde ich sagen Das ist so Butterfly Sehr gut Wie geil war das denn? Okay, dann wird glaube ich nichts mehr für mich Äh Äh Jetzt hab ich vier Mana Steine überladen, Alter Boah, wie süß Boah, wie süß Ja Was für ein Glück Ja Erik, was sagst du dazu? Boah, Jürgen Jürgen Erik 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 Erich Ich glaube, Erik ist gerade ein bisschen wach Erik Oh, der Flammenstoß Erik, du kannst nicht reden Ich glaube sogar, er hat eigentlich verloren schon Äh, er hat Verloren Oder Er hat noch irgendeine Abgekarrt auf der Hand Noch viele Abgekarrt auf der Hand Aber die springen zu anderen Fronten Oh NEIN Oh NEIN Ich schiebe Oh Oh NEIN Oh Oh Hau ab Walkery Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Hallo Pinne Stipp Was hast du gerade gesagt? Pinne? Pinne, ja So, da haben wir jetzt mal eine Muttermantra, das habe ich dir so angewöhnt Pinne Da haben wir jetzt mal eine Naturalkohle Quelle Naturalkohle Wenn sie jetzt einen oft gebildet machen Ja, so nenne ich jetzt die erste Folge Naturalkohle Quelle So nenne ich jetzt die erste Folge Naturalkohle Quelle Ja, können wir mal gucken Oh, hier ist eine Naturalkohle Quelle Hier ist noch eine Naturalkohle Quelle Jetzt habe ich den Stein ins Rollen gebracht Ich bin gerade eine Naturalkohle Quelle am Empfang Sagt man das überhaupt so? Ich bin mir echt sicher Doch Nicht Echt nicht? Ja, ist egal Es ist unser neu erfundenes Wort Und mein Rivale Der Rivale sieht aus wie ein Mongo Nennen wir ihn Erik Erik ist ein Mongo Der sieht aus wie ein Mongo Passt So, ich hoffe, Erik fühlt sich dadurch geehrt Ähm Ja, Erik ist richtig Ich hätte einen Mongo nennen sollen, Alter Ist ja noch besser gewesen als Erik Ja, okay, Mongo heißt quasi Erik Naja, äh Spaß beiseite Ich hoffe echt Ich kann Zuschauer dafür interessieren Mir Zuzuhören Und meine Videos zu gucken Auf dem Kanal Gamer4Gamer4GamesHD Ja Versprecher for the win Ach, da ist Erik Spaß Wie macht der so eine Krumme Bewegung Äh Eriks Schwester Ooooooh Die sieht ja gar nicht so hässlich aus wie Erik Naja Nein, Spaß Oh boah Ich werd hier Ich werd hier richtig gemein Einall heißt Einall Unhova Unhova Region Mit meinem Pokémon Partner Reisen Und werde Du das sehr wichtiges Wichtiges finden Was weiß ich Keine Ahnung Mach hin Der, der, der... Nooil Wut de fuck Nenn mich Lucky, du Okay Okay, dann wird sich das auch wieder Ey, was ist gut Oh Gott NAAAAAAA Wo ist der? Wo ist der? Nicht aufheben! Das kann doch nicht sein, warte Nein Boah, ey, was den Scheiß Jetzt wollen die mich raus Ey, nein Die muss dagegen stimmen, Sven Das nicht! Nein! Ja, nö! Was ist das für eine Dreckslobby? Wartzen wir gegessen? Nein Drei Ja, jah Ja, jah Ja, jah Ja, jah Ja, jah Ja, jah Ich bin ja ein Konsolenspieler. Nein, ich bin extrem kackt. Ich bin ja ein Kett. Ich muss jetzt mal keine Ketten legen. Ich bin ja ein Kett. Warum Meat Boy? Leute, wie TF. Ich bin ja ein Kett. 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 Was wollt ihr? Hey, hi. Ich bin ja ein Kett. Hör mal auf Mann, ich sterbe jetzt. Erstmal den Todesschlag. Na, tschau. Ich bin auch so nice. Ich bin ja ein Kett. Ich bin ja ein Kett. Er hat mir die Sachen klauen. Oh, Alter. Das war gut. Wo ist denn das? Ich muss ja meine Klamotten nehmen. Oh Mann. Ich hab die nicht. Ohne Scheiß. Gib her, Alter. Ich hab nur deine Scheiß-Kartoffeln. Ich hab nur deine Kack-Kartoffeln, Alter. Ich hab nur deine Kack-Kartoffeln, Alter. Ich hab doch nichts. Ich hab doch nichts. Ich hab doch nichts. Das ist doch dein. Ich piss dich gleich an, Mann. Das liegt dir alles um. Geh da rein und guck dir das an. Huhn Nutter. Erstmal am Beschuldigen, ey. Erstmal am Beschuldigen, ey. Ich bin gleich wieder tot, Mann. Ja, das hast du davon, ey. Nur am Beschuldigen. Du A-Huchen sind hier. Hier liegt doch dein fucking Brot, ey. Frühste Huchen, ey. Mann, ey. Da lach ich nicht. Der ist tot. Gib mir eine P90 in die Mitte. Zum Snipern. Läuft doch. Mach das nicht. Komm, Mike. Oder? Wo ist das denn? Ich glaub, die sind alle arm. Wo ist das denn gewesen? Ich glaub, die sind alle arm. Ah, einer ist schon so weggefegt. Ja, ey, schon. Oh Gott. Na, guck mal. Das schaffen wir doch jetzt, oder? Was mit den Letzten? Was mit den Letzten? Sven macht ein A, sagst du? Yeah! Hey, Sven hat das gesamte Gegenteil gewonnen. What? Alter, da muss ich mal klatschen, Sven. Nice! Ja, aber mit der OG hat einfach auf den Arschort gehängt, Junge. Da stört einer. Oh Gott. Ja, die kommen Leute zu Let's Play Minecraft mit, äh, Svester. Scheiße, Mann. Ähm, ReptardX Gaming. Das geht. Und die Leute, die haben uns am Skule. Ähm, ja, äh, komische Sache Leute, denn nämlich, ähm, ist gerade etwas uns sehr peinliches passiert. Es ist nämlich... Oh, leil. Ähm, wir haben nämlich Manfred getötet. Ähm, und, ähm, ja. Der ist voll geplant. Da steht's doch mal. Alter, wir wollten nur mit Manfred Tennis spielen, aber, boah, das hab ich noch nicht aufgezeichnet, wie der, äh, getötet wurde, aber ich hab danach direkt einfach auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Hardcore Season 1 mit mir, dem... Hey, was greift der mich an? Wow! Was? Die hat mich einfach angegriffen. Die sind ja auf mich fixiert, von daher ist das scheißegal gerade. Ne, ne, das meine ich nicht. Da stehen zwei... Ich brenne! Ich brenne! Ah! Alter, ich sterbe. Ich sterbe! Ah! Ein Herz! Ein Herz! Ein Herz! Ein Herz! Ich steck dich! Bau dich ein! Ich kann nicht! Ich hab gerade keinen Koppelsohn! So, du stehst im... So, alles klar. Boah! Alter! Scheiße! Alter! Lass mich mal rein! Halbes Herz, man! Warte, ich muss hier Platz machen! Ne, ne, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin! Halbes Herz! Da kam einfach einer von hin! Komm rein! Komm rein! Die kommt zu dir! Ich bin gewivert! Ich bin gewivert! Ich kann nicht! Okay, lass uns Ende! Nein! Du stirbst nicht! Du stirbst nicht! Die blockiert trotzdem den Eingang! Ich brenne! Nein! Ich brenne doch! Komm rein! Ich sterbe! Ich sterbe! Kann ich doch nicht! Ein Herz! Halbes Herz! Mach zu! Jetzt! Ich brenne nicht mehr! Ja! Ich aber! Du! Halbes Herz! Alter! Wir kommen hier nicht raus! Ey! Du, was ich hab! Was denn? Was hast du denn? Noo! Ich hab so ne geile Idee gerade! Ja, warte! Mach das mal nicht! Geh zu den anderen! Ich baue mich da extra hoch! Okay! Das ist ja mal ne glorreiche Idee! Ja, pass auf! Wenn! Noo! Was das denn? Was das denn? Was das denn? Oh nein! He he he! Oh nein! He he he! Da ja! Oh nein! Hallo! Ich komme. Da ja, da ja! Da ja, da ja! Da ja. õ씨. Da ja!